Was? Oh, okay. Hat sich geklärt. Aber warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Ne, meine Zeit ist das normal. Irgendwie ist bei mir alles am hinterherhängen. Du hörst mich aber auch normal, ne? Ja. Macht Putzen irgendwie gerade Kacke, oder? Keine Ahnung. Ist das Server noch bei dir am hinterherhängen? Nö. Bei mir läuft alles einwandfrei. Ich weiß gerade echt nicht, was hier los war, aber bei mir hat irgendwie alles hinterhergehangen. Kannst du gleich auch mal in der Aufnahme, oder gesagt, wenn ihr die Folge draußen jetzt in der Aufnahme sehen. Setz mal ein Kabel dran. Ja, warte. Ähm, ich habe kein Signal. Macht das mal wieder weg. Macht den Controller weg. Okay, mit zwei Controllern geht's. Ah, 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 ah. Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Glaubt nicht. Soll ich wieder das Eisen draus gewinnen? Mach. Oder ich meine, es wäre mir auch scheißegal. Ich verhebe das mal auf. Kurze Zusammenfassung. Wir hatten gerade diesen Aufbau. Fluid Terminal funktioniert nicht. Ich setz'n Drive hin. Geht aus. Drive abgebaut. Funktioniert. Nichts jetzt immer noch? Ne. Was hast du gemacht? Wir hätten die Kabel mal wieder weggemacht. Okay, es braucht echt Kabel, also es leitet die Energie nicht weiter. Aber jetzt, das soll's wieder gehen, oder? Ja. Gut. Dann hatte ich doch von Anfang recht. Christian, du bist ein Noob. Ähm, aber jetzt warte mal. Man konnte irgendwie noch die Festplatten direkt auf eine Flüssigkeit konvertieren, sag ich mal. Denk mal, das ging mit einem von Applied Energistics, ein Gerät, oder? Hm. Und zwar war's Pattern Editor. ME Pattern Editor. Haben wir den schon? Ne, aber geht ganz schnell zu Craften. Ja, okay. Dann nehme ich die Fluid Stoic-Milater aus. Mach mal grad ne Zellef oder ne Bucket. Ist hier gerade einer drin? Nö. Zell. Wir haben verdammt viel mehr, Juri. Vielleicht irgendwo noch ne Wachbem-Schwumpfliegen. Da sind 1700 Noob und Holz drin. Und? Such jetzt einer. Alter. Ach, weißt du, was ich auch gemacht habe? Was? Ähm, wir hatten ja keine Ahnung, wie viel Nikolait jetzt aus dem Nether bekommen. Ja. Habe ich über Blacktick so weit verarbeitet, bis wir den, äh, das Crush-Teil hatten da. Also einmal durch den Grindr und dann drüben in den Rockcrusher. Ja. Kommen wir zu 10% hier das raus. Die hat er das raus in den Rest gelöscht. Jetzt waren mehr als wir brauchen Nikolait für gar nichts. Und wir haben ne Pattern-Edge vor. Gut. Dann knacke er ihn auch wohin. Hattest du nur gerade extreme Surfer-Lex? Ja, das hab ich auch die ganze Zeit. Ah, ich hatte nur gerade eben. Sollte gehen, oder? Ich verpasse ihn mal ein bisschen an. Format. Sieht gut aus. Finder. Jetzt brauchen wir halt noch der, ähm, Storage, äh, Fluid, den Fluid-Import-Bus. Ja, hab ich. Dann knacke er ihn an den, Kokofen. Dann. Oh, da haben wir es ja schon drin. Da kommt das Creosote-Eye rein. Okay, und dann noch den Import-Bus für die ganze Charcoal, oder? Mhm. Warte mal kurz, darf ich mal noch mal? Mach. Schau mal die Teile ab. Ah, okay. Komm, die mit der Schwitzer einfach? Ja. Oh, interessant. Hat mich auch gewundert. Normalerweise sieht der EI wirklich nur über, ähm, die, die Wendt. So. Ähm, Barrel, das auch Wood-Barrel ist von einem, ist das EI angeschlossen, oder? Noch nicht, aber kann ich gleich machen. Okay. Aber erstmal bräuchten wir da hinten, dahinteren den Platz. Wir können es auch mal. Stimmt. Ah, ich bin zweifle, dass wir die Lasern nochmal brauchen, dann werden wir in nächster Zeit, oder? Okay, alle weg. Ja. Ähm, lasse ich mich vielleicht mal gerade abhauen, ob ich bezacke. Weil, ich muss hier noch leveln. Ja, klar. Hi. Mach mal dann in hierfür nochmal so irgendwie den Pasch. Einen schönen Raum, oder so. Mhm. Weil, das werde ich hier auch nochmal aufbauen. Ja, ist schön, dann machen wir den Raum. Klar. Äh, hier hinten wollte ich ja eh irgendwann zu machen. Ja. Da sieht die EI eigentlich nicht mehr schön aus. Ähm. Ähm. Da ist noch einiges drin. Und da... Jetzt ist es mal mein Inventar. Ja. Gut, meistens dann alles in I. Da, 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 da. So. So. Ja, die füllt sich langsam. Ja, schon. Ja, man kann. Ich habe irgendwie Angst. Böse Dinge. So, kein Feuer lässt mehr? Ich habe irgendwo mal verloren. Ich habe das bei den Sachen da... Pfff. Pfff. Und nach deiner 80.000 hochwut. Ja. Also ich will ja nicht sagen, dass wir den Arsch offen haben. Aber der ist dezent aufgerissen. Alter. Wir haben sie echt nicht mehr alle, oder? Es ist leider nicht so. Pff. Scheißer. Ich weiß, ob ich da noch Petroleum drin ist. Fülle ich mir nach. Nö, es tut euch. Buddy, join your channel. Hallo. Hallo. Wir sind immer in der Aufnahme, ne? Ja, ich muss nun mal nicht. Mikrofon ausprobieren. Okay. Mach er ja das. Wollt euch jetzt was vorsingen. Oh, wie schön. Okay, dann breche ich mal ganz schnell die Aufnahme ab, bevor er auch anfängt. Ähm, ja. So, ne Butze. Eine Frage an dich. Kannst du eventuell mal nachschauen, ob das... ob der HTT... ob das HTTP-Modul von Computercraft deaktiviert ist? Ähm... In der Theorie, ja. In der Praxis muss ich mir dazu erst noch ein paar Sachen erzählen. Okay. Oba, im Moment. Ich weiß nicht, wie du... Ich bin gerade komplett... äh, ich stehe komplett nach dem Gedanken. Aber keine Ahnung, wieso. Wo hier sind die ganzen Ultimate Energy Cubes? Das ist eine verdammt gute Frage. Ah, hab sie gefunden. Einer ist hier. Das weiß ich. Ich hab beide im ME... Ich hab zwei im ME-System gefunden. Okay. Ich hab nämlich letztens mal wieder welche gemacht. Ähm, wollen wir da noch schon mal direkt die... Speicher... äh, die... den Terra-Cluster verhaften lassen? Das möchte ich sehen. Definitiv. Weißt du was? Ich lasse es dich machen. R. Einen. Äh, ich wollte schon zwei schauen. Einen. Begin. Alter. Lustig wird's ja erst, wenn er... Ja, jetzt braucht er die ganze Prozession. Jetzt, äh, schau mal hin da zum Furnace. Ja, ich würd sagen... Wir haben vielleicht in drei zu Beginn der nächsten Staffel in den Terra-Sauge-Cluster. Habt ihr einen Teleporter? Ja, haben wir. Welche Frequenz seid ihr? Moment. Ja. Ich bin wieder intelligent. Äh, müsste, glaub ich, 4000 sein. Boah. Ich krieg das aber echt nie hin. Hallo, Brutze. Hallo. So. Ähm, hast du jetzt schon den Korkaufeln angeschossen? An's... ...weil wegen Oakwood? Ne, hab ich noch nicht. Brauchen wir einen Export-Bus. Dann mache einen Export-Bus. Wir haben noch vier. Dann hole einen. Schon dabei. Willst du echt das alles verarbeiten? Oder soll ich lieber in den Interface hinklatschen, damit wir es steuern können? Verarbeite alles? Wofür brauchen wir das alles noch? Ich mein, da kommt sowieso so viel nach. Oder brauchst du es noch großartig? Ne. Ähm... Schicke Brille. Ja, okay. Jetzt haben wir... ... genug drin, oder? Jo. Naja. Brutzer, hast du gerade irgendwas gemacht? Nein. Warum? Ähm... Dosch, hast du da ernsthaft eine Diesel-Tonne hingestellt? Ich bin mal da drüben, dass ich nächste Diesel-Tonne... Alter... Da waren 2000 Petrodium drin. Ja, ne, soweit ich weiß, hier hinter noch drei... Ja. Oh. Ja. Ähm... Ja, also... Ah ja, klar, den Weg wollte ich auch mal weitermachen. Ich kann grad wieder bei meinen Bienchen schnell wieder... ...Hanidio und alles so was draus holen. Wieder so viele? Äh, 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 äh. Ich bin schon in Hanidio teilweise... ...wieder flüssig am Wochenende und dann Wachskapseln am Speichern. Weil zu viel geworden ist. Scheiße. Äh, wozu, ich gehe mir ganz schwer davon aus, dass du keinen Hanidio immer baust, oder? Nö. Ja, das ist doof. Ich will schon wieder nach Hause. Das sind unbeziefer im Haus. Was haben wir? Unbeziefer im Haus. Ich habe ja auch schon quasi ein paar Mal gesagt, er soll duschen gehen. Ach so, ja, die... Das sind unsere Haustiere. Was? Die spinnen. Also, die... Ich kann mir jetzt nochmal, wo ich schon grad hier oben bin, mal wieder die Enderperlen abholen, ne? Wer sind denn das eigentlich mal umzaunend? Äh, gerade waren 561 drin. Ach. Geht ja noch einigermaßen. Ähm, wir sollten eventuell mal so langsam anfangen und auf... Auf... Ja. Auf, auf. Mindfactory Reloaded umsteigen. Was meinst du? Damit wir disenchant machen können. Äh, könnten wir machen. Weil, da sind ja schon einige Sachen dabei, die enchanted sind. Hm. Ja, aber wir müssen nochmal das Wizzerskelett herausholen. Oh, nee, das haben wir sogar schon ausgeholt, ne? Ja. Haben wir sogar schon getötet. Stimmt. Wollten wir ja noch einen... ...Creeper fangen. Creeper. Ich schau mal, ob ich grad daraus einen finde. Das ist ja gerade nacht geworden. Wo ist das Safari-Netz? Das veracknet mich. Wenn wir was suchen gehen. Ich hab' was ich machen. Safari, 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 Lad. Wow, jetzt sind meine FPS, aber ganz... ...niedrig. Hm. Meines sind ganz hoch. Das kann aber eigentlich nicht mehr an mir liegen gerade. Ich hab' ein Single-Use Safari-Net. Meine FPS sind auch normal. Ich weiß aber auch, ich kann nicht was sein soll. Ich hab' eigentlich alles quasi geschlossen. Ich glaube, ich weiß, wo das sogar drin ist, das Safari-Net. Jetzt haben sie sich wieder eingefangen. Also ich hab' einen... Ich hab' einen Gast eingefangen. Oh, nee. What? Safari-Net Single-Use? Name? Eric, Bats, die Brace... ...äh... ...flamflam. Also wir haben noch ein Safari-Net-Bitten-Gast drin. Wenn du den hier feilest, dann auch steht rein und auf die Fresse. Dann mach' mir Gott ein neues. Wo sind die Gast-Türen? Ja, keine Ahnung, wo es ist. Wir müssen den ganzen Tonnen dringend ausleeren. Ja. Achso, wir haben noch eine Kuh, ne? Ja, ja, die meinte ich ja gerade. Schau mal auf den Namen. Eric, Bats, und so. Ja, ja. Ach, ja. Wo ist es? Wo ist es? Ich hab' einen Safari-Net. Ah, hier sind die Stier. So, ich hab' einen Safari-Net. Reusable? Ja. Ich schätze auch. Ach, das ist ein neues gekraftet. Komm, Ende, können wir genug. Ah, ich hätt' noch eins im Pferd. Ah, nee, nee. Das Pferd bleibt schon im Pokéball. Wollte ich nämlich gerade oben einschließen. In unserer neuen Wohnung. Wolltest du so richtig schönen Pferdesapfel machen, oder was? Nee. Wolltest du in dein Zimmer einschließen? Ich wusste es. Weißt du, wenn du da rausgehst, sind 20 Millionen Creeper da. Aber jetzt wirst du einmal einen haben, kein einziges Stück. Hier oben ist da ein Creeper. What? Bei eurem Zoo. Ja, den würd ich dann noch gerne lassen. Kannst du doch verdoppeln. Da suche ich mir lieber gerade neun. Ach, Christian. Ja. Kannst eigentlich sein, dass wir über diese kurze Aufnahme von ein, zwei Folgen schon hinüber sind? Ein bisschen. Hab'n Creeper gefunden. Ach komm, ich hasse euch. Hab'n sogar eingefangen. Und was wir eigentlich vorhin schon koopfen, also Anfang Weltkraft, haben wir jetzt eigentlich schon, ne? Es sind schon 5000 Millibuckets drin. Also, ich glaub' du meinst, diesen Creeper hier. Ich hau' dich direkt mit. Keine Angst, ich mach' schon nicht. Darf' man erst mal als E-M-E. Dann würd ich sagen, war's das für diese Aufnahme? Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht auf... Aufnahmen, hm. Ey, das ist unglaublich, dass jedes Mal noch so nach dem Verkackern, wo ich den Spruch schon keine Ahnung, wie aufgebracht habe. Passiert. Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Baker, beim Butze vorbei, oder beim Street-Digger, oder beim Trivudo, würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Minecraft Technik SMP, RT-Version 2. Bis dahin. Tschü-dü-lü. Tschü-dü. Tschü-dü-l. Tschü-dü. Vielen Dank.